Ich bin ja nur am Montag in den tiefsten Baden-Württemberg nach Karlsruhe Ich würd aufpassen, Baden-Württemberg ist so ein Pflaster, so schießen die alle Leute ab Ja, dann hab ich ja Glück gehabt. Ich fall gar nicht auf mit meinem soften Skin Also ich muss sagen, Baden-Württemberg ist aber auch ein Hochbuch für Artentäter, ne? Ja, ist so, Alter. Überleg mal, da unten, hier halb ran die Ecke, guck mal Winnenden, das tat er schon damals, dann jetzt hier bei Lidl, da bei Capri-Sonne, Briefbomben Alter, die sind alle nicht ganz knusper da unten, die sind ganz viele Reue Wenn du mal gerne es dann googelst, ne? Dann weißt du, das ist zwar Baden-Württemberg, aber da ist außen drum 50 Kilometer gar nicht Wer da hingeht, der hat selber stolz Ja, aber da sind wahrscheinlich die richtigen Scharfschätze im Wald Ja, das kann schon sein, die üben da dann ja Richtig Also, das ist echt eine Krasecke da unten, finde ich Willst du da hinziehen, oder? Ich? Richtig Holt euch den Year 5 Pass Ich mal liebe Querpass Oder Beipass? Denkst du, Beipass ist auch gut Na, den brauchen wir ja so mit 75, ne? Vorsicht, Kollege, du bist viel älter als ich Viel älter vor allen Dingen Bist du? Hast du die 100 schon erreicht, ja Du bist schon 30 Eigentlich läuft der und der Granny Ja Ja Wie habt ihr noch keine Impfung bekommen? Ich war nicht ganz der Erste Ich musste auch meine Versicherungsfilm ergeben 0 0 0 0 0 2 Die 1 hat Gott Nein, die Queen Richtig Die Queen ist 0 0 0 Die steht noch über Gott Die ist nämlich die Mutter von Gott Gott rettet ja die Queen, ne? Er soll sie nur beschützen Die Queen hat ja auch kein Passport Weil ja alle britischen Passports im Namen der Königin sind Und dadurch wird das wenig Sinn machen, die auch ein zu geben Wie geil ist das denn? Und bei dir im Namen deines Mannes Du wüsst ja auch noch wieder, wo die Ware macht ist Ach ne, Entschuldigung, hat er nicht gesagt Till Dengar in Kondome? Ist das für die Orgie? Ja, fand ich das Lukas was ist, aber er ist in Ordnung Außer der Virgin, der braucht keinen Hast du mal Hostage? Geisel, oh, eine Frau Hallo Mädchen, wie geht's dir, geht's dir gut? Kommt mir in die Augen, du Bitch Hallo Mädchen Da, fuck, weg Hier ist dir auch eine, guck mal So, wo mach ich hier jetzt? Oh, in diesen komischen Torbögen kann ich keine Geschenke verteilen Ich mach erstmal die Lücke zu Nur noch 10 Sekunden Es bleiben 5 Sekunden Ah, schön mal auf der Seite zu sein Wollten wir nicht da reingehen? Ich würde da gern zumachen Ich hab' die kommt von oben Ich hab' die kommt von oben Das ist nur so ein Vermutung Ja Hey, 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 hey Alter, was von wo denn? Ich wurde beschossen Hier unten durch Oder? Hä? Ich bin weg, ich weiß aber nicht von wo Ich bin weg, ich weiß aber nicht von wo Ich bin ein Schießer auf mich, was wusste ich Ist ja wieder so ein Drohnenloch Ne, hier fällt Hier Ach, die sind durch die Tür gebrochen, hab' ich gleich mitbekommen Ja, jetzt erst Da hinten bei Max, bei Max, bei Max an der Tür Ja, ich bin hier, hier Da Ich seh' dich, aber Ja, ja, ich versuch' ihn jetzt zu locken Ah, jetzt hat er mich weg gemacht Er steht dir direkt in der Wand Alter, Lukas sehe dich fast ungemäht Ich bitte nicht Du musst aufpassen da Schön Keine Sorge Ich will, ich Ich Da hinten bei Max, kommen sie Ja, ja, bei Max Max hat da ein Auge drauf Ich glaub' die sind da oben, oder? Über euch, über euch Ja Ich glaub' auch hier aus der Ruhe nach oben Ey, der hat die Kamera jetzt ja schon, sind der Spack Ach da Hier steht einer vor mir Schön Ey, was geht denn hier die ganze Zeit? Da steht die ganze Zeit vor mir Schön Jawoll, der ist meine Sitz Wow Einer ist noch Treppe hier Bei uns, Markus Er soll doch kommen Ja, na ruhig bleiben Oh Mann Oh Mann Boah, was? Der Rückseite von dir Der Rückseite, ja Fuck, sorry, ich hab zu spät, schon gesagt Genau Du verteidest, genau Jawohl Der hat noch nicht gewonnen Alter Wo ist er? Ist ja gar Da Von dem, von oben, was ihr da seht, das ist bin ich Er ist für mich nicht genommen Kommt er Kommt er Sehr schön, geil Stark, Markus Start, schön Schicht Achso Ich glaub das war ganz gut, dass du nach links geguckt hast Fall Weißt du auch Annäherungsminen, Markus Ja, hab ich Okay, dann nehm ich die wieder raus Was, genau Das ist das Das kalte Büro Ach ne, das alte Jo Kontaktgranaten Wessen Probleme der Kälte hast So, ich Reicht Ich kann feiern machen Ne, das steht da unten Kaltes Büro Kaltes Büro Kaltes Büro Das ist Kaltes Büro Das ist Kaltes Büro Ja Hat ein M eigentlich auch so ein Büro an, ne, der ist schon tot, ne MJ Der wollte doch auch unbedingt bei Men in Black mit dabei sein Kannst du mir die Guindy Men in Black reinbringen? Hehehe 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 Die Geisel muss gesichert werden Werden? Ja, was ist denn das für ein Raum hier? Wo kommt denn hier was durch? Da oben ist komisch Ich mach mal Geht Ich kann hier nichts reinnehmen Hm Sie sehen irgendwo Fenster in den, ja? Nö Doch, doch, hier Lasst ihr mich nochmal rein? Wo? Hier Komm Hier Kondome Max Nee, 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 bleib hier, ich muss noch gucken Kondome Ja, echt Kondome, Kondome, Kondome Ja, ja, ja Kann ich hier noch irgendwo die Tür zumachen? Ja, hier Ich wurde entdeckt Ja, ich auch Ich bin mal hier, ich bin bei der Geisel Einer hat noch sein Dinges nicht genommen Max 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 dein Kondom Habe ich Oh, die Plast, irgendwo Ich bin zur Ey, Lensen Hau ab, sonst schieße ich die im Kopf Hier oben Verschwinde Lensen Boah, von hinten, 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 hinten Hä, wo sind die Hände da durchgeplatzt? Ach, du bist doch ein... Ach, oh... Oh... So, ich leb ja noch Also, falls dann der Bock hat Ne, da steht noch wer Ruh mich Chill, Omecke, hinter dir Hinter mir? Boah Was heißt der hinter mir? Hab ihn Ja gut Nein, der lebt noch, der lebt noch, der lebt noch Guck mal um die Ecke, guck mal um die Ecke Ich kann doch nicht Ach so, okay Oh shit Ach, da waren so viele, weil du redest Boah, wie ging das denn? Aber jetzt nur ohne Scheiß, wie ging das denn? Dass wir den dabei nicht umhauen Ja Und der schießt durch den Türrahmen, durch die Garten, hast du nicht gesehen? Ja Ja Wie ein großer War ich mal liegen geblieben Der war doch schon tot Der Hund Der ist also außerdem noch gekreucht und schleucht Ja, wäre doch egal gewesen Der kommt da nicht rein Ja, aber, ja, gut Ich weiß ja nicht, wie viele bei dir waren Ich hab gesagt, da ist da noch einer mit dem Blick zu wieder Ich wusste es auch nicht Ich hatte auch nur diesen Türspalt In diesem Blick Ach so, ach so Ich hab's mal durchgegangen, oder? Ja Ja Ich bin noch nicht Ich bin noch nicht mal im Haus drin Nein Was ist denn das für eine Map hier? Was ist denn das für eine Map hier? Ich weiß Warum die uns immer nicht gefunden haben? Ja Hat den wir ihn gesehen schon? Keller glaube ich Ich wollte sagen, also ich bin oben und oben ist echt gar nichts Oh, hier hab ich noch was gehört Hmmm Also ich bin im Keller, das Keller ist noch doch nix Hier Hast du, wo ist hier? Dann sitzt einer Oh, ich hab's ja gefunden sehr gut ich will mit meiner drohenden müssen weitergefahren ich bin mit der länse hinterher weiter mal weg da das glaube ich reingehen da muss man hin rechts rum nach der und nach unten kommen wir von hier oben rein und links von mir ja ich meine dann der luke ja lukas gibt es eine luke ja hier ich kann ja auch prügeln so ist nicht nein ich habe gerade einen gehabt Kann drunter kommen, Lukas. Ne, da ist ne Granade. Ja. Oh shit. Entschuldige. Die ist gar nicht durchs Loch gefallen. Oh shit. Da ist eine, Lukas. Unten ist eine. Ne, ne. Achso. Alter, Tim, Junge. Sauber. Tim, mich auch. Danke. Kein Thema. Jawoll. Schön. Ich hab auch Lukas verletzt. Mit dem hab ich nur ein rotes Dreieck. Ein wahrende Dreieck. Zurecht. 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 Habe ich jetzt gemacht. Was soll denn das? Ich schicke dir lieber eine Freundschaftsanfrage. Kannst du nicht sagen? Ich hab grad zwei Manns getötet. Und dadurch haben wir gewonnen. Was beschwerst du dich? Dass ich tot bin? Ja, das war schon besser. Trotzdem leichter. Also würde ich einfach noch kleine Brötchen backen. Ja, echt. Genau. Geh mal Brötchen backen. Ah, ne. Ess mal lieber Brot. Richtig. Ess mal dein Brot. Kannst auch im Backofen machen, dann wird das warm. Mh, warmes Brot. Mh, warmes Brot. Bitte erschieß mich nicht. Bitte erschieß mich nicht schon wieder. Tschüss. Tschüss, Markus. Ähm. Haustankern kann er nicht. Ja. Oben. Na, jetzt hat er nicht getrunken. Ja. Ich hab Geisel. Na, selber. Muss ich. Guck, gleich hier vorne. Oh, ne. Da ist er wieder. Hast du was vergessen? Hat er, er hatte ne Verbindungsfehler. Ne. Ey, das mit den Granaten war ja eigentlich voll lucky, weil wir spielen gegen ne Geisel, oder? Ja. Das war der größere Fehler in dem System. Ja, natürlich. Er kann mich doch gar nicht sehen. Direkt an dem Fenster, das ich ausgemacht hab. Er macht da ein schmobiles Schild hin. Da steht noch... Na, ihr seht da die Leute, die es pingen. Ernsthaft? Gibt's die Lohn? Hallo? Da kommt einer um die Ecke. Zwei. Bei Lenzen. Hab beide. Ne, eine hätte noch. Noch eine. Oder? Sag doch, Sasa. Komm jetzt runter. Hab ich, hab ich auch. Jetzt, jetzt hast du beide. Oh, was? Ah, ne, Geisel ist aber gerade keiner. Ne, ne, beiden sind bei mir links. Geh hoch zur Geisel. Einer hinter so ne aufstellbaren Wand. Jetzt kannst du rausgehen. Auch direkt wie Fenster. Genau, jetzt direkt. Genau. Muss aufmachen. Mach doch auf das Ding, Alter! Rück dich doch mal. Da kommt der. Ach, das ist doch behindert, Alter. Ich schlag da ganze Zeit drauf und der macht das nicht, Alter. Hast du auf das Loch gehauen? Er kommt das die ganze Zeit ins Leere da. Ach, mach ich gar nicht, Alter. Du musst doch auf das Holz zielen. Ja, das ist mir schon logisch, ne? Das haben wir ja gesehen, Alter. Das haben wir ja gesehen, Alter. Oh, Mann. Der K-Lensen sah trotzdem gut aus. Ja. Wenn du unten die Treppe genommen hättest, wär's wahrscheinlich schneller gewesen. als aus dem Fenster zu fallen. Die Aldi hat mir auch mal helfen können, ne? Der? Den Kopf hat sie frei gehabt, so. Ich würde letztlich bei ihrer Rettung einfach nicht helfen. Hättest du ihn nehmen müssen, aber gleich durchs Holz schmeißen. Ja. Ja. Ich bin nicht im Haus geschwommen. Ja, das war dumm. Ach, schon wieder. 2 zu 2. Okay. Ich höre sie schon. Ich finde die einzigen Sackgassen in diesem Haus. Wir bauten so eine Scheiße. Und so viele Sackgassen. Ach, hör auf. Ja, aber wo kommt man denn hier hin? Ich blicke ich auch gar nicht durch. Ich bin von oben. Oh, eine verwinkelte Kacke. Okay. Selber Raum. Okay. Da ist ganz vorne, also. Schön. Sehr schön. Ich sehe dich durch in dem Villa Piste. In den Villa. Da, ich ping mal wen. Hier. Hier steht noch eine. Und da. Immer noch am Fenster hier. Hier um die Ecke. Jawohl. Schön. Ähm. Der andere ist hier hinten irgendwo. Jawohl. Und raus. Seck dich, Lukas. Geh mal, geh mal. Jo, das war's. Werden dir die Dinger eigentlich angezeigt? Ja, ne? Jawohl. Schön. Schön, schön, schön. Keine Linsen. Ich hab das Holz sogar getroffen. Du, bei einer ganz offenen Tür ist das, äh, ne, bei der geschlossenen Tür ist es auch besser als bei einem Fenster, was schon halb auf ist. Hat schon, ah. Naja. Also, ich glaube, jeder von uns kennt das, wenn man das nicht gleich trifft. Das ist jetzt nicht so, dass das, äh, unbekannt ist. Trotzdem uncool, aber ja. Nützt ja nix. Wer mag das, meinsch? Voll, volle Kanne, alter. Was ist da denn los? 4700 hab ich noch nie gesehen bei jemandem. Der ist auch krass, ja. Außer mal, ich will langsam pack hier. Oh, tschuldigung, der ist so knapp. Huiiii. Wo bist du? 81 Prozent. Ich? Ja. 37. Na, das gehört noch. So, also, wer jetzt mal ein Operator oder sowas gucken will. Ich gehe auf den Spielern und stelle dann das neue Spiel. Okay. Okay. Kurz Pidi-Pause. Pidi-Pi-Pause? Ja. Okay. Mal gucken, dann ist ja glaube ich die letzte Runde für mich. Mal gucken. Ich hatte übrigens bei 15 Prozent jetzt ein Paket. Bei 15 Prozent? Ja. Nicht schlecht. Ja. Und es gibt Fleischholz Unifarm für Twitch. wieder Mal gucken. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.